haben darüber nachzudenken, was in den anderen Ländern passiert und das war genauso beim Holocaust. Aber es gibt hier einen Unterschied zwischen der Nicht-Intervention und etwas zu tun oder die Tat zu vollbringen. Küpper aus Wuppertal, 65, fragt, weiß Herr Goldhagen eigentlich, dass viele deutsche Juden geholfen haben, sogar unter Einsatz ihres Lebens? Oh, natürlich, es gab sehr viele Helden unter den Deutschen, um den Juden zu helfen, aber es gab nicht sehr viele, das war ein sehr geringer Prozentsatz der Bevölkerung, der den Juden geholfen hat. Ist Herr Goldhagen bereit zuzugeben, fragt Herr Ziegler, 70 Jahre aus Stuttgart, dass auch Juden schlimme Taten begangen haben? Naja, Juden, die Franzosen, jeder macht schreckliche Dinge und natürlich, das ist eine Frage, die eigentlich nicht relevant ist zu dieser Diskussion. Das meiste in meinem Buch befasst sich ja mit den Tätern und systematisch gehe ich durch die einzelnen Erklärungen, die mir gegeben worden sind und ich zeige auf, dass das die Taten der Täter noch nicht erklärt. Und das ist auch der Kern des Buches und das sollte eigentlich primär diskutiert werden, denn das Buch steht und fällt mit dieser Analyse. Was erstaunt Sie denn, Herr Goldhagen, Sie sind ja jetzt ein paar Mal schon in Deutschland in Diskussionen aufgetreten zu Ihrem Buch. Was erstaunt Sie an der Wirkung, die Sie jetzt in Deutschland mit Ihrem Buch erfahren? Zunächst einmal bin ich überrascht, was die Reaktion anbelangt. Diese Art von Reaktion hatte ich überhaupt nicht erwartet und keineswegs erwartet, insbesondere wie es auch die Menschen bewegt hat. Ob sie das Buch jetzt mögen oder nicht, sie diskutieren darüber. Aber ich bin wirklich auch erstaunt, dass so viele Menschen Dinge über mein Buch gesagt haben, die einfach nicht stimmen. Es geht jetzt nicht darum, ob sie der Interpretation zustimmen oder nicht, aber sie beschreiben den Inhalt einfach falsch. Und das haben sehr viele getan. Und das enttäuscht mich, denn sehr viele Fragen können andere Antworten bekommen und man kann sicherlich auch einzelne Aspekte des Buches kritisieren, so wie man jedes Buch kritisieren kann. Aber die Falschdarstellungen haben sicherlich der Diskussion nicht genutzt und haben auch der deutschen Öffentlichkeit nicht genutzt. Warum Sie die Reaktion auf dieses Buch so überrascht, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, Sie haben sich einer verwegenen Aufgabe gestellt und haben auch mit großem Selbstbewusstsein behauptet, Sie hätten diese Aufgabe gelöst, nämlich zu erklären, wie der Holocaust passiert sei. Und ich denke, wenn da sich doch jedes politisch denkende Wesen, egal ob in Deutschland oder wie, irgendwann mal an irgendeinem Zeitpunkt mit dieser Frage auseinandersetzt, dürfte es einen doch sehr neugierig machen, mit welcher Art von Erklärung Sie kommen. Ich persönlich finde Ihre Erklärung, da wo Sie die Motivation der Täter nachvollziehen zu versuchen, nicht ausreichen, schlichtweg nicht ausreichen. Und ich denke aber, er sagt natürlich eine ganze Menge, die Diskussion, die geführt worden ist und die ohne Frage von vornherein auch gezielt sicherlich auf Provokationen, aber auch einen großen Medienrummel hervorgerufen hat. Ich meine, fast eine Massenhysterie grenzend, wenn man sich anguckt, wie wild Leute da drauf sind, an diesen Diskussionsveranstaltungen teilzunehmen und zuzuhören. Dann wundert mich das schon sehr, dass Sie erstaunt sind, dass das so eine große Diskussion ausgelöst hat. Ich habe vielleicht eine Begründung und Sie haben in diesem Buch teilweise Stellen, die auf dem Niveau des letzten Fragestellers liegen, der gefragt hat, ist Ihnen bekannt, dass auch die Juden Grausamkeiten begangen haben? Das ist genau dieser Level. Er hat nicht gefragt, dass auch Juden, sondern die Juden. Und Sie sprachen auch nicht von Deutschen, sondern die Deutschen. Und diese Verallgemeinerungen, das ist das, die es in allen Bereichen gibt, das ist das, was mich in diesem Buch so stört. Und ich glaube, dass dieser Punkt auch der auslösende Moment für die Diskussion in der Bevölkerung war. Nicht unter den Wissenschaftlern, sondern in der Öffentlichkeit. Herr Buben, ich möchte nur einen Satz anzeigen, nämlich, dass die Freiwilligkeit der Vollstrecker oder Täter, die Sie immer unterstellen, in dieser Form sehr fragwürdig ist. Wir können das jetzt nicht mehr ausdiskutieren, aber ich wollte hier doch einen sehr grundsätzlichen Einwand anbringen und sagen, dass die Bedingungen, unter denen das geschieht, genauer geschildert werden müssen. Viele Männer haben gesagt bekommen, dass sie waren einfach billige Vollstrecker und das bei diesen Taten und auch bei anderen Taten. Und ich möchte nur das noch einmal aufgreifen, was Herr Bubis gesagt hat, diese Kritik der Benutzung des Wortes Deutsche oder die Deutschen. Wir reden ja auch über andere historische Ereignisse. Wir sprechen über die Amerikaner in Vietnam, wir sprechen über die Franzosen in Algerien. Also bei allen historischen Ereignissen benutzen wir diese Terminologie. Und ich habe das jetzt auch auf den Holocaust übertragen, der genau gleiche sprachliche Gebrauch. Wir sagen die Nazis, wir sagen die SS. Und das gibt ja noch nicht die Gruppe genau an, die am Holocaust beteiligt war. Und ich habe das im Buch auch explizit dargestellt. Ich kann mir nicht vorstellen, Herr Goldhagen, dass Sie das nicht gewollt haben. Und zwar, das ist ja ein legitimes Unterfragen eines Autors. Aber die Befürchtung, weil wir über die Wirkung des Buches sprechen, die Befürchtung, die ich bei dem Buch habe, es provoziert, weil es identifiziert und zwar total, aber die Befürchtung bei mir ist, dass es blockieren kann. Geschichte ist kollektives Gedächtnis. Der Holocaust, das, was da geschehen ist, muss in dem kollektiven Gedächtnis bewahrt werden. Die Deutschen kommen da nicht drum herum. Sie müssen das zugunsten ihrer Psychohygiene tun. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, die, was Herr Bubis sagt, gibt es aus meiner Sicht die Gefahr einer Blockade. Nämlich zu sagen, dann beschäftigen wir uns gar nicht mit diesen Fallgemeinerungen nicht. Sie kommen sofort noch dran zum Schluss. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Ich möchte das damit tun, vielleicht können Sie Enghardt noch mit aufnehmen. Wir sitzen hier unter eindrucksvollen Bildern, die deutlich zeigen, die Täter zeigen, die mit Genickschüssen töten. Dieses ist ja alles auch zu sehen unter dem, was Sie ja auch gesagt haben, dass das normale Menschen waren. Das ist ja das Erschreckende. Das heißt, keine anderen Menschen als wir, so muss ich sie verstehen. Und dafür dürfe ich mit einer kurzen Antwort, und das ist ja das eigentliche, was die Diskussion notwendig macht, auch in Zukunft, einer kurzen Antwort mit einer letzten Zuschauerfrage. Bitte, das ist ein so wichtiger Punkt. Das ist ein so wichtiger Punkt. Die gesamte Diskussion zeigt ja, dass es nicht zu einer Blockierung der Diskussion führt, sondern es ist eine neue Diskussion entstanden, und unabhängig von den Ergebnissen kann diese Diskussion nur gut sein. Meine Damen und Herren, es tut mir leid. Die letzte Frage, ich sage sie schnell noch, damit jemand in Deutschland. Herr Walz fragt, bedenkt Herr Goldhagen denn nicht, dass er mit seinem Buch das Verständnis oder gar die Freundschaft mit den Juden wieder kaputt macht? Das ist ja sicherlich falsch. Das würde die These, also man darf nicht mehr kritisieren, denn ich bin Antisemit, weil die Juden dagegen sind, oder weil, also das ist genau die These, wo ich wiederum Herrn Goldhagen recht geben würde, wenn das zum Antisemitismus führt. Meine Damen und Herren, der letzte Versuch, Schluss zu machen. Sie sehen, die Heftigkeit der Diskussion nimmt zu, und ich denke, das ist auch gut so. Ich bin in der Tat der Meinung, dass mit den Feiern zum 50. Jahrestag vom letzten Jahr überhaupt nichts zu Ende ist. Ich finde es verdienstvoll. Man mag zu dem Buch von Goldhagen stehen, wie man will, dass er uns aufgefordert hat oder dazu gebracht hat, diese Diskussion wiederum zu führen. Die Diskussion war immer in der Nachkriegszeit eine Diskussion an Universitäten und den Zirkeln, aber sie war selten eine Diskussion an den Abendbrottischen der normalen Familien. Da ist wenig gefragt und wenig geantwortet worden. Vielleicht hilft es weiter, dass die Gespräche zunehmen. Mit dieser Sendung hoffen wir, unseren kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben. Ich bedanke mich bei allen hier im Studio, bei Herrn Goldhagen ganz besonders, und wünsche Ihnen noch einen guten, nachdenklichen und gesprächsbereiten Abend. Ich bedanke mich bei allen hier im Studio,